Weiter geht's mit Otherworld 3, Schatten des Herbstes. Wir sind jetzt hier im Schloss mit einem Wolf und der Feenkönigin, die hier an diesem Baum gefesselt ist. Und wir sollen in die Feenwelt gehen. Ich weiß nur nicht wie. Und ich bin ein bisschen müde, entschuldigt. Ach, hier draußen hat sich auch alles verändert. Das ist ja cool. Der Farmer steht vor der Vogelscheuche. Der Farmer versperrt den Weg. Hinter dem Gras ist was versteckt. Ich muss es abschneiden. Oh, Moment. Hier sind Schuppen eingeritzt und Samen. Und hier muss der Zahn hin. Mit bloßen Händen kann ich nicht graben. Mit einem Hammer anscheinend auch nicht. Nun brauche ich noch Farbe. Komm her, Bubu. Ja. Was jetzt hat er uns Farben gegeben? Nö. Nö, tisch, nisch. Der Sack. Ach. Kann man hier lang jetzt? Nein. Eine Warnung an alle, die die Stadt verließen. Alle, die fortgelaufen sind, kommt nie mehr zurück. Ihr seid hier nicht länger willkommen. Oh, wie nett. Ich komme nicht heran. Die Segel sind gesetzt, aber der Wind ist nicht stark genug. Ja, ich kann jetzt mit dem reden. Aber ich will gucken, ob es hier noch was gibt. Die Siche kostet zwei Bronze-Münzen. Ich habe nur eine. Die Farben dran. Wow, ein Mensch! Du musst dich einer von denen, die Magik benutzen können. Nein? Nur die Worte, um uns zu sehen. Ich war damals ein Gewerker, aber ich musste meine Geräte verkaufen. Jetzt bin ich jetzt auf eine Pawnshop. Oh, alles hier ist vorhanden. Einiges ist rarer Heirloom-Stuff, aber in diesen Tagen, jeder ist weg, also die Wert hat geflogen. Okay. Ich hätte doch nur irgendwie hinauf gelangen können. Eine Zeichen und die erklärt, was Goblins gerne essen. Damit kann ich neuen Schmuck herstellen, aber ein paar Glasperlen fehlen. Ah, okay. Was ist denn dein Zeichen? Ah, es fehlt noch eine Rune, dann kann ich... Okay. Was essen Goblins denn gerne? Steine? Geh weg, Mensch! Okay, wo kann ich denn noch was tun? Ach, natürlich genau da, wo ich jetzt bin. Was kann ich dir denn geben? Hm. Geh weg, Mensch! Kannst du nicht sehen, dass ich diese Lanterns mache? Was kann ich denn nicht helfen? Ich bin ehrlich gesagt völlig überfragt, was wir hier noch tun sollen. Okay. 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 Ich muss mir echt einen Tipp geben lassen. Das hilft nichts. Okay. Ah, okay. Den habe ich nicht gesehen. Verteidigt euch! Unsere Laternen beschützen euch vor bösen Feen. Ben haltet keine Lichtquelle. Das wäre ein guter Arbeitsbereich. Okay. Mein Zeichen sieht jetzt neu aus. Hier, mach das. Ich habe eine Bronzemünze. Es kostet eine Silbermünze und eine Bronzemünze. Wunderschöne Meerjungforschuppe. Also mit den zwei Bronzemünzen kann ich die Sichel kaufen. Und damit kann ich hier das Gras schneiden. Dann bekomme ich eine Axt. Und mit der Axt kann ich mir hier hinten den Weg freikloppen. Nein, kann ich nicht. Aber hier ist noch die vierte Glasperle. Ich weiß nicht, welche Art von Design ich herstellen kann. Da brauchen wir vielleicht ein Schnittmuster für. Das ist Schnittmuster natürlich nicht. Wenn wir vielleicht einfach mal mit dem Juwelier reden. Dann können Sie ein Schnittmuster kommen. Aber was soll ich denn hier tun? Hier ist nur dieser dumme Stumpf, mit dem ich nichts machen kann. Ja, hier ist ein Pinsel, den ich nicht aufheben kann. Okay, da kann ich noch was, da bin ich doch schon so oft rübergefahren. Bin ich echt so blind? Anscheinend. Der Zaun muss repariert werden. Nun, da er repariert ist, kann ich ihn für was verwenden. Ah, wir machen eine Leiter da draus. Okay. Ach, er will hier oben hin? Ich dachte, wir müssen jetzt den Weg durch die Tür kloppen. Ah, okay. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Hm. Hm. Da ist ein hässlicher Riss. Moment, ich klicke hier oben hin und er repariert den Teppich. Das muss man nicht verstehen, ne? Ich wollte nämlich eigentlich hier die Pflanze anklicken, aber gut. So, wir haben jetzt einen Fächer. Ein Brief von einem der Wichtel, der die Stadt verließ. Meine Liebste, lass uns diese sterbende Stadt verlassen. Nimm die Münzen unter dem Pflasterstein, stell eine Lanterne her. Ich treffe dich dort, wo einst das Zepter wuchs, draußen vor der Stadt. Bitte vertrau mir. Ah, und damit können wir jetzt hier ein Kürbis kaufen. Okay, das ist irgendwie sehr cool gemacht, dass man hier Sachen kaufen muss und die nicht einfach nur irgendwo findet. Nein. Ich sollte ihn zuerst anmalen. Ah, aber wir haben keine Farben. Nein. Hmm. Eines Tages wird ein Reisender die Königin vom Fluch der Schatten befreien. Kaufen will er nix? Schade. Moment. Im Boot liegt was. Eine Silbermünze. So, wir haben jetzt das Tintenfass. So, aber anmalen tun wir ihn erst beim nächsten Mal. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.